Ich bin bereit, ich bin bereit. Also ich finde das, die, 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 das Spy Cap, der ist, äh, Sticky auf, kann man auf Sticky Cap? Nein, ich hab. Sticky Cap? Nein, das ist der, wo du hast. Was hast du? Spy Baller. Der ist so gut. Ach, der weiß dann, was wo er ist. Ja. Aber du weißt ja, wenn man es schafft, dass man trifft, aber wenn es nicht trifft, dann ist so gut, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Ja, beide. Ja, beide. Wenn man macht die Minenverbot, der ist natürlich noch nicht, so. Okay, ich gehe nicht mehr. Ich schaue, wo er kommt, aber er kommt. Das ist gut. Da muss ich so weiter machen. Ah, das ist so weiter auch noch nie. So schön. Das macht das, ey. Da geht's schon wieder, in der als Ere. ich mach es mal eine Sekunde bis oben dann geht es wieder in die ich kann mich eigentlich da ohne hänger ach ich hab das gemacht ok nein, hängt es irgendwie nicht fest nein, ich will das in meinen Hohen machen nein, ich will das in meinen Hohen machen ich will das in meinen Hohen warte mal hey Tom hey Tom wir haben doch da bestimmt irgendwas gemacht du nix macht man so ich bleibe jetzt einfach mal bestellen ich stehe jetzt an was machen das, ey? in welchen Fall haben wir 10 Minuten schaffen wir das dann noch? so, irgendwas haben sie da er hat den amt explodiert, ausgenutzt damit explodiert so, wenn es den was machen müssen ich will nicht einfach durch ja schönen Jump ja ah, wann er kommt in meinen Hohen wow ja, der lebt oder? das ist ein bisschen der Dreck sein ja, du müsst auch nicht packen das ist ein bisschen das ich will das nicht verarschen und jetzt in der Bekasse neuner zudem das Kumpel er der 2 er aber das ist die E-Leg er ist ich bin aber langsam nicht mehr und das ist das ist Prozent Neutronik ich war ganz so unterwegs aber da ist der Alarmganger und dann ist es bei Ammo das ist echt schlecht bist du gonger naa krocher das ist ja das ist der Alarmgort wir haben die Alarmgänge sondern mit Alarm gekoppelt wir wollen uns gehen naa naa also ich finde der Camp also ich gehe jetzt mein Haul ich weiß nicht wo du ich gehst aber ich bin mein Haul was soll ich an mein Haul was soll ich an mein Haul naa komm ich an mein Haul aber ich mach bloß einen Run willst irgendwas Spezielles machen? nein nein mein Haul aber du musst nicht ein Teil dabei ja das ist der Alarmganger und das ist der Poison? nein warte mal ich mach dich so um wenn ich grad da bin oh ich weiß ja ich war so schnell drauf was das Ding naa da kommt ja einer denn du bist doch echt der Kämpfer Sau Stefan also ich bin jetzt äh beim anderen ist der Alarm bei dir? der war wichtig was willst du? Stefan nur ein paar mal mini eine Granate in sich rein sie wurden entdeckt warum wurde denn eigentlich entdeckt? der Oma schon feil wird schon zugelegen ich den Verrutsche-Fäder das zeigte nämlich das Zeichen auch Minen übrigens was soll das machen mit der Oma Minen bop? da ist der Bob der Minen denn jetzt kommt was ist denn das da? da gibt es nur Asimilen was muss die Näsestrahlen ausfänge nur warum kann das nicht ja auch nur noch die sind da was ist hinterher? was ist das Hintergrund? Denk mal hier noch, dass der noch nicht kommt. Du, hast einen Alarm eingeschalten! Das wird nix, nix gemacht. Weil die Dinger bei dir wieder um sein. Du sollst halt erst schon mal warten, bis der Alarm weg ist und dann halt die Dinger ausschalten. Das hat was geschluckt. Stefft halt irgendwie, weil der Suzie gewählt ist. Hey, da kann man auch weg. Weißt du das? Du bist jetzt gar nicht dran, oder? Ich will doch nicht vor, auch schon. Ich hab' den Schlauch mal wohlfallen, der hab' mich auch geschossen und dann bin ich aufgefunden, und es geht nicht. So, komm' auch so, es ist ein Mal. Ja, der ist mit Müller, das ist was kaum. 6,6 Meter drücken, wo die Energie hat. TT Gas versetzen Auto-Court, der ist hier. So, wenn jemand K.O. ist, dann wird der Gas. So, haben wir das Main-Haw schon gemacht? Ja, ne Sekunde. Aber da kommt der Stefan dann nicht mehr so eine Silber-Tuchte. Ja. Naja, ich glaub das. Aber der hat mir gerade das schon mal sparen. Ist gut gewesen, oder? Ist gut gewesen, oder? Ich will da kaum ein Team-Zug machen. Ja, willst du es noch machen? Ja, willst du es noch machen? Du willst es das Main-Haw machen? Ja. Ja, das muss ich so machen. Weil sonst bitte uuuuuhuuu, Team-Zugel, Warte-Warte-Warte, warte, warte. Dann werden wir jetzt da wo dann hin, neben mir ist. So, ich glaub ich kann jetzt da was anderes machen. Machen. Uaah! Airball! Du warst halt nie, der fuhr mir weg! Ach so, der ist drauf. Cool. Bist du grad auf den Kippel draufgefallen? Ja. Was war denn das? Mach ich mir nicht mehr zahlt. Was war denn das zahlt? Ja, kann man übrigens auch aufblettern. Ich glaub, dass das da hinten... ich hab' den Hippel draufgekommen. Ich hab' das geschafft, weil neben mir das Ding sie guckt und Giftmini wird. Das Giftmini wird nichts aus. Der Giftmini kommt nur gar nicht mehr weit auf. Was meint's? Ich mein's Bang & Oben. Ich weiß, der assemble ist auch noch nicht! Ja, das war schon, die ist voll. Das ist, was nicht mehr frei ist, das war explodiert. Da. Die Bagger haben explodiert was, das ist wichtig. Naja, da, das war am Baggerrahm grenzt, war explodiert. Wir explodieren in den Raum, ach so, das ist überall. Jetzt will ich doch die Kameras drücken, Richtung Baggerrahm. Naja, soja, das doch. Ja, wo die Baggerrahm war, sind wo die Baggerrahm... Jetzt will ich da, jetzt will ich da umgehen, dann geh ich da. Naja, das bist du. Na doch, unten ist schon, ne? Hier, ne? Ja, ja. Ach, der ist da ja, ne? Na, das bist du. Wo ist er denn? Da ist er. Was ist denn noch? Ja, der ist drin. Ah ja, also da kann man ja auch klettern, irgendwo. Ach zum Beispiel. Ach, da hinten. Da kann man ja auch klettern. Oh, Scheiße. Entschuldigung, würde ich lieber die ja. Was ist denn? Na, der ist euch voll. Ich bin natürlich Taysen, aber nicht. Wo bin er ich jetzt eigentlich? Du bist jetzt jetzt in der Mitte von dem Ding. Hey, ich hab ja eigentlich das einmal. Niemand tötet dich. Ne? Warum jemand? Das ist wahrscheinlich dann halt. Äh, gibt's da auch mal was? Nein, oder? Ach, das ist ab-explodiert oder was? Na, was ist das andere nicht? das ist die ganze Zeit das ist das ist das ist die Zielger da und da da ist uns die Städte und da ist es nicht so Prozent zu müssen jetzt darum Was ist denn das da oben? Das ist das, was man das letzte Mal... Was sagt? Ich zieh... Ich mache es jetzt, zieh es, es schafft noch lange. Ja. Aber der hat sich immer verliegt, ja. Löse mal du bitte keinen Alarm mehr aus. Ja. Aber das war wichtig. Ja. Ich glaube, ich bin ein E-Brain. Das ist das, was denn? Wie der Sieger letzte Sekunde. Nein, oder? Doch, schon. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You win! Boah! Ich will da gucken, wenn wir mit denen... Das wird nicht schnell, sie haben verloren für mich, you win. Ja.